Herbert Bach leitet seit 15 Jahren erfolgreich eine von ihm gegründete Kosmetikfirma. Wie jeden Abend kommt die Unternehmerfamilie nur beim Abendessen in ihrer Neunzimmervilla in Berlin-Zehlendorf zusammen. Mutter Christine langweilt sich in ihrer Hausfrauenrolle und drillt ihre Kinder Jannik und Tim zu Höchstleistungen. Doch Nesthäkchen Tim ist der Verursacher einer Katastrophe. Sind Sie der Vater von Tim? Ja, ich bin der Vater von Tim. Das ist meine Tochter Lara. Wir können mit Tim in eine Klasse. Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Ihr Sohn hat unsere Tochter diese Creme hier geschenkt. Mit ihrem Logo. Ist das Ihr Logo? Ja. Was ist mit der Creme? Schauen Sie mal meine Tochter an. Unsere Tochter. Ja, aber mit Sicherheit nicht von unserer Creme. Ja, aber selbstverständlich. Unsere Cremes sind alle dermatologisch getestet. Schatz. Also das kann nicht sein. Maus, wer hat dir die Creme geschenkt von den zwei? Der Fett sagt da. Der da. Also doch. Tim, hast du Laura die Creme geschenkt? Ja, das habe ich dir geschenkt. Ja, boah, du bist so ein Scheißkerl. Was hast du mit mir an? Guck mal mal ins Gesicht. Ja, wenn wir mit dir fertig sind, ja sag ich dir, kannst du dich nirgendwo mehr blicken lassen. Wir werden auch mit dir in so einem Scharnersatz verklagen. Und eins kann ich Ihnen sagen, wir haben viele Bekannte und jeder, jeder wird erfahren, was sie für Creme verkaufen. Komm. Schönen Abend für dich. Wiedersehen. Oh Mann, das gibt richtig Stress. Warum denken denn alle, dass ich irgendwas mit der Creme gemacht habe? Warum beschuldigt die Lara mich denn jetzt? Ich wollte doch nur, dass sie mich gern hat. Ist dieser Scheiß. Mein Gott, Junge, was für eine Aktion war das denn jetzt schon wieder? Was hast du jetzt schon wieder für einen Bockmist geschossen? Ich habe nichts getan. Du hast nichts getan. Was für eine Creme war das denn genau? Das war die Creme aus deinem Badschrank, die du eh nie benutzt. Wie, was ist denn mal meine Creme? Ja, aber ich wusste auch nicht mehr, dass die nicht mehr gut ist. Und ich habe die Lara gegeben, weil ich dachte, ich mache damit eine Freude. Sag mal, aber hast du mir irgendwas zu sagen? Was willst du denn jetzt von mir? Ja, wie, was will ich denn jetzt von dir? Scheinbar war die Creme ja wohl manipuliert. Und wahrscheinlich von dir auch noch. Wolltest du mir vielleicht das Gesicht wegätzen? Hast du vielleicht was Jüngeres am Laufen? Ich habe nichts mehr in die Creme gemischt. Die kommen doch alle vom Werk und sind alle in Ordnung. Tim, sag die Wahrheit. Warst du das? Ich? Nein, ich weiß doch gar nicht, wie sowas geht. Ja, komm, du hast bei Papa mal ein Praktikum gemacht in der Firma. Na, sag mal, hast du irgendwie mit der Lara ein Problem? Heimlichen Liebeskummer? Äh, nein. Ja, komm Junge. Also ehrlich, mit dir hat man nichts als Ärger. Du kriegst nichts, aber auch gar nichts auf die Kette. Du bist nicht in der Lage, Klavier zu spielen. Tennis kannst du nicht. Schule brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, absoluter Versager. Von oben bis unten. Ruhig dich doch mal, Mama. Was misst du dich denn jetzt ein? Geh rein, nimm dir was zu essen, aber nicht so viel. Sag mal, was haben wir bei dir nur falsch gemacht? Hä? Wieso glaubst du denn, dass du das war? Du hast doch gar keine Beweise. Immer schiebst du uns die Sache in die Schuhe. Wieso gibst du jetzt noch deinen Senf dazu? Ich hab gesagt, du sollst reingehen. Ab. Ich geh jetzt beinahe nach oben, hab für zwei Wochen Stuhmarrest. Wenn meine Mutter so ausrastet, hält man am besten die Klappe. Die wird sonst nur wütender. Allerdings, wie soll ich denn jetzt den Leuten beweisen, dass ich nichts mit der Creme angestellt habe? Tim leidet nicht nur unter seiner dominanten Mutter Christine. In der Schule wird der 15-Jährige als übergewichtiger Freak beschimpft. Nur Haushälterin Conchetta ist seine einzige Vertraute. Die 54-Jährige arbeitet seit acht Jahren für die Bachs. Ich mein, was soll das denn? Warum beschuldigen mich alle? Ich hab doch überhaupt nichts getan. Tja, Tim, du hast aber die Creme von deiner Mutter geklaut. Das macht man sowas nicht. Ja, ich weiß. Aber du weißt doch, in der Schule nennen sie mich alle in Psyche und hacken auf mir rum. Wenn ich die Creme, die Mädchen mitbringe oder irgendwas anderes, hab ich das Gefühl, die mögen mich ein bisschen. Das brauchst du nicht. Du bist so ein lieber Kerl. Ich kann nicht glauben, dass du in der Schule sowas Gemeins über dich sagst. Doch, machen die aber. Und daran schuld sind meine tollen Eltern. Ich darf nicht mal auf Klassenfahrt, Geburtstag. Ich darf auch nicht mal nachmittags raus. Alles, was ich tun darf, ist Klavier üben und Nachhilfe nehmen. Tja, das stimmt. Das ist richtig. Ein Junge in deinem Alter, der sollte mit seinen Kumpeln spielen und mit dem was unternehmen. Ja, das sehe ich doch genauso. Was habe ich denn meinen Eltern getan, dass sie mir nicht mal glauben? Vor allem, wie soll ich denn diese Scheißcreme manipuliert haben? Ich weiß doch gar nicht, wie sowas geht. Tja, das jetzt beruhigt. Es wird alles in Ordnung. Und vielleicht zeigen die deine, äh, die Laras Eltern gar nicht an. Also mach dir jetzt keinen Kopf. Ja, selbst wenn die mich nicht anzeigen, dann habe ich doch selbst dann den Stress. In der Schule bin ich doch jetzt das Opfer für alle. Der Freund von der Lara, der macht mich fertig. Ja, jetzt, jetzt mach dich nicht so ein, beruhig dich, komm ein bisschen runter. Aber weißt du was, Tim? Ich glaube dich 100%. Du, du wirst deine Mädchen sowas nicht antun. Danke, Konchetta. Ich bin echt froh, dass ich Konchetta habe. Neben Janik ist sie die Einzige im ganzen Haus, die zu mir hält. Ich habe wirklich Angst vor dem, was jetzt kommt. Ich muss mich unbedingt bei Lara entschuldigen. Hoffentlich glaubt sie mir, dass ich das mit der Creme nicht war. Sonst kann ich auswandern. Die Bachs haben panische Angst davor, dass ihr Firmenimage beschädigt wird und schalten ihren Anwalt Niklas Dittberma ein. Die Eltern von Tims Mitschülerin Lara haben Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Tim erstattet. Denn in der Creme wurden erhebliche Mengen an Trichlor-Essigsäure gefunden. Nach umfangreichen Tests kann ein Produktionsfehler ausgeschlossen werden. Was ist denn da jetzt eigentlich rausgekommen bei diesen internen Anwaltungen? Sind da denn weitere Proben von Betroffenen gewesen? Gab es da weitere Säurezusätze, die gefunden wurden? Nee, das ist es ja eigentlich. Es wurde gar nichts gefunden, auch bei den anderen Proben. Nichts gefunden, kein TCO, auch keine anderen Wirkstoffe. Es kann also nur mein Misshardner, so ein Tim gewesen sein. Ach komm, oder du, weil du mich verunstalten wolltest. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich Jahr für Jahr deine Liftings bezahle, um dir da dann dein Gesicht zu verätzen? Naja, bei dir weiß man ja nie. Mach mal halblang, das kann nur Tim gewesen sein. Ich habe gar nichts getan. Ja, aber es ist ja zum Glück nicht entscheidend. Also entscheidend ist ja wirklich, dass die Staatsanwaltschaft und das Gericht das beweisen müssen, dass das war. Und da muss ich ehrlich sagen, ist die Beweislage für die Staatsanwaltschaft gerade sehr schlecht. Natürlich war es. Er ist nur zu feige, dazu zu stehen. Es geht ja jetzt nicht so sehr darum, dass der Tim hier zu seinem Unrecht steht. Ich meine zwar Jugendstrafrecht, alles wunderbar, aber dieses Anspruchsdenken ist hier falsch, weil man ihm die Tat einfach nicht nachweisen kann. Das ist ja wohlerheblich. Was glauben Sie denn, was das für ein Image-Schaden bedeutet, wenn rauskommt, dass irgendwas mit meinen Produkten nicht stimmt? Und ich würde auch mal interessieren, warum Sie eigentlich der Meinung sind, dass Tim das gewesen ist? Naja, Lara ist ein hübsches Mädchen. Und ich denke mir, Tim hat sich in sie verliebt, aber sie nicht in ihn. Und ich denke mir, aus Rache gelöst hat er das angetan. Gut, aber das ist jetzt auch eine relativ gewagte Vermutung von Ihrer Seite, Herr Bach. Gibt es denn da irgendwelche Anhaltspunkte für? Haben Sie mal mit Ihrem Sohn darüber gesprochen? Hast du das mal gesagt? Ich kenne Lara aus der Schule, aber mehr auch nicht und ich stehe nicht auf Sie. Mit Tim brauchen Sie gar nicht zu reden, Herr Dittbäller. Vor fremden Leuten kriegt der Junge den Mund nicht auf, merken Sie doch. Ja, das macht aber so keinen Sinn. Da müssen wir uns ein bisschen kennenlernen, Tim. Dann müssen wir mal alleine miteinander reden. Das bringt doch gar nichts. Das bringt mit Sicherheit was, weil ich merke, dass Sie hier eine leicht angespannte familiäre Situation haben und immer dabei sind, die Sachen sich gegenseitig in die Schuhe zu schieben. Ja, aber er kann doch ruhig was sagen jetzt. Ja, aber nicht in Ihrem Beisein. Erzähl doch ruhig, wenn wir dabei sind. Doch nicht in Ihrem Beisein. Da kommen Sie überhaupt nicht weiter. Da liegt die doch genau so ins Gesicht wie uns. Passen Sie mal auf. Das anwärtige Verhältnis ist ein Verhältnis, wo die Verschwiegenheitspflicht gilt, wo man ein Vertrauensverhältnis aufbauen muss. Und das würde ich jetzt ganz gerne mal mit Ihrem Sohn tun. Entweder machen das hier oder er kommt zu mir in die Kanzlei oder ich nehme den Auftrag nicht an. So einfach ist das. Ja, Herr Dittbäller, wenn Sie meint, dann schnappen Sie sich den Tim. Wunderbar. Gehen Sie in den Garten. Ich weiß, warum Tim nichts sagt. Der hat so ein schlechtes Gewissen wie in dieser Aktion. Und egal was unserer Anwalt für eine milde Strafe für ihn herausboxt vor Gericht. Unsere Strafe wird härter sein. Anwalt Niklas Dittbäller will Tims Vertrauen gewinnen, um mehr über die angespannten Familienverhältnisse und die verätzte Creme zu erfahren. Der 15-Jährige fürchtet sich besonders vor seinen Mitschülern, die glauben könnten, dass er Laras Gesicht absichtlich entstellt hat. Pass auf, mit den Proben. Würde mich interessieren. Hast du die schon öfter verschenkt? Ja, die Mädchen wissen, dass mein Vater eine Kosmetikfirma hat. Und wenn sie fragen, dann bringe ich ihnen auch öfter was vorbei. Und bei den anderen Mädels ist da auch schon mal was passiert? Nee, nie was passiert. Ich verstehe gar nicht, wie Lara da was passieren konnte. Aber deine Eltern sind schon relativ hart, oder? Relativ hablich schon in der Mange. Ja, die sind total streng. Also sind auch zu mir und meinem Bruder streng. Zum Beispiel, wenn ich mit einer Drei nach Hause komme, dann gibt es gleich Stumarrest. Ich muss viermal in der Woche zum Tennistraining. Und dann darf ich noch zweimal in der Woche Klavier spielen. Also Klavierunterricht nehmen und jeden Tag üben. Ich habe so richtig gar keine Lust darauf. Mhm, verstehe. Und so mit Freunden und so, triffst du dich auch manchmal? So eine Clique mit der da? Wann denn? Ich habe doch überhaupt keine Zeit für Freunde. Mhm, verstehe. Wie ist denn das mit deinem Bruder? Wie geht denn der damit um? Janik, der schlägt sich noch ganz gut. Der wehrt sich noch ein bisschen. Aber gegen unsere Eltern hat er einfach keine Chance. Das klingt nach einem Regime. Ja. Hier in der Idylle. Aber nicht nur das. Morgen ist Montag. Ich kann morgen nicht in die Schule gehen. Wenn ich in die Schule gehe, das hat ab Wochenende schon die Runde gemacht. Die machen mich fertig dort. Mit dem Druck musst du jetzt irgendwie umgehen. Das ist jetzt unangenehm. Aber was das Ermittlungsverfahren angeht, da hast du gute Karten, weil das kann man dir nicht beweisen. Aber das mit deinen Schülern ist ein Problem, da gebe ich dir recht. Es ist schön, wenn wenigstens einer denkt, dass ich unschuldig bin. Ja, ich glaube dir. Ich bin wirklich sehr froh, dass der Herr Tim mich hier als Anwalt akzeptiert und in der kurzen Zeit bereits ein Vertrauen gezogen hat. Was mir aber überhaupt nicht gefällt, ist dieser Ton, der in der Familie herrscht. Also der Vater scheint die Interessen seiner Firma bei weitem über die Interessen seines eigenen Sohnes zu stellen. Und ich finde es auch bizarr, dass seine eigene Ehefrau ihn verdächtigt. Also nach meinem Dafürhalten ist die Familie hier wirklich stark gestört. Und ich werde so die eine oder andere Frage zu stellen haben. Der nächste Schultag endet für Tim qualvoll. Seine Mitschüler haben ihn beschimpft und Laras Freund Dennis hat ihm Rache geschworen. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Yannick will Tim sich bei Lara entschuldigen. Die 15-Jährige ist das beliebteste Mädchen der Klasse. Doch anscheinend mochte sie Tim nur wegen seiner kostenlosen Proben. Ich will nicht mit dir reden. Ich rede nicht mit Losern, mit fetten, kriminellen Losern schon mal gar nicht. Ey, komm schon. Ich war das doch überhaupt nicht mit der Creme. Warum sollte ich dir sowas antun und dein Gesicht kaputt machen? Ja, ich meine, das weiß doch jeder, dass du auf mich stehst. Und ich meine, guck mich an, guck dich an. Wieso sollte ich mit dir irgendwas anfangen? Komm schon. Du musst mir glauben, ich will dir sowas nie antun. Ich dachte eigentlich, wir wären Freunde. Ja, klar. Freunde. Was denkst du eigentlich, wieso die Leute dich mögen? Wegen deiner Persönlichkeit? Die mögen dich, weil dein Vater ein bisschen Geld hat und du ab und zu mal was mit in die Schule bringst. Ein paar Geschenke. Ich meine, das ist ja auch ganz geil so. Aber ich meine, du bist doch voll der Freak. Komm, scheiß auf die. Gib noch andere. Ganz ehrlich, das ist eine arrogante Bitch. Hoffe ich auch. Oh, scheiße, Dennis. Hey, lass mal einen Rüder in Ruhe. Hey, ich hab doch nichts gemacht. Freundin, du musst dich umstellen, Alter. Pass mal auf, ich lass mir das Gesicht umstellen, Alter. Ich stelle dich in dein Scheiß-Fresse, Alter. Nein, komm, komm. Scheiß-Fresse, Mann. Guck mal, guck mal. Au, fuck. Keine Pussy, Mann, Alter. Hey, mach dir in die Ruhe. Sön, Alter. Der verängstigte Tim flüchtet sich auf die Schultoilette, denn Laras Freund Dennis und seine Clique sind bekannt für ihre Gewaltbereitschaft. Tims älterer Bruder Yannick ruft verzweifelt den Anwalt Niklas Dittberner zur Hilfe, der wenig später eintrefft. Tim? Wo sind Sie denn? Sind Sie dein Babysitter oder was? Kannst du jetzt rauskommen? Ich bin nicht sein Babysitter, ich bin der, mit dem du jetzt kein Problem haben willst, weil dein Leben sonst verdammt kompliziert werden kannst, verstehst du? Komm mal raus da. Gut. Na, war. Alles klar? Ja. Schulter wehgetan? Nee. Hast du das mehr gemacht? Nee, ist das mehr gemacht. Na, Dennis hat ihn eben auf dem Schulhof gegen die Wand geschoben. Wer ist denn Dennis? Ja. Ich bin Dennis. Stimmt, oder? Er hat es aber auch verdient, man. Gucken die sich mal meine Freundin an. Sie hat das ganze Gesicht da entstellt, man. Das war jetzt nicht so clever gerade von dir. Das war jetzt nicht so clever. Du weißt nicht, was er gemacht hat. Und wenn du nicht gleich Leine ziehst, dann rufen wir alle gemeinsam die Polizei und deine Mama und dein Papa können dich von der Wache abholen. Alter, du machst mir ja richtig Angst, ey. Jetzt ist Schluss, echt. Ich will keinen Stress. Ja, ganz ehrlich, dann pass mal auf. Hör auf deine Freundin. Die denkt noch mit. Und jetzt hört ihr ab. Ganz ehrlich, so viel verschwinden, Alter. Das ist nicht so blöd hier. Finden Sie hier noch auf der Schulter? Geht. Man muss rausfinden, wer da an dieser Creme rumgefummelt hat. Also wirklich jeder weitere Tag ist für den Jungen hier an der Schule in Bares Spießruten laufen. Und ich will nicht wissen, was dem passiert, wenn er sich mal nicht im Klo einsperren kann. Ja, wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Anwalt von dem Tim. Pass mal auf, ich gebe dir mal eine Karte. Hat mich jetzt gerade angerufen. Ja, schön. Was sage ich damit? Ja, musst du sie auch nicht mitnehmen. Du wolltest ja wissen, wer ich bin. Ich habe sie gerade gezeigt. Aber wie kann ich dir denn helfen? Du willst wissen, wer ich bin. Ich bin der Anwalt, den er braucht, weil du Strafanzeige erstellt hast. Guck mal, das ist doch mal mein Recht, dass ich ihn anzeige. Das ist Körperverletzer. Pass mal auf, du weißt ja doch gar nicht, wer das war, Mensch. Er hat mir gesagt, er war das nicht. Ich wüsste auch nicht, warum er sowas machen sollte. Ja, was weiß ich, was in dem sein kranken Hirn vorgeht, wieso der das gemacht hat. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er es gemacht hat. Ich hoffe auch, dass es besser wird. Sieht aber schon, naja gut, sieht wirklich nicht so schön aus. Ja, ich meine, ohne Make-up sehe ich aus wie eine Kraterfresse. Ja, und es fühlt sich auch so an. Also, ich kann es jetzt leider wirklich nicht erinnern. Es tut mir auch wirklich leid. Dem Tim tut es auch leid, ohne dass das jetzt irgendwie gewesen ist. Aber ein krankes Hirn, deswegen noch lange. Der Anwalt Niklas Ditt-Berner bringt die verstörten Teenager sofort nach Hause. Tim und Yannick wünschen sich nichts sehnlicher, als in der Schule akzeptiert zu werden. Doch nach der Schlägerei werden sie alle für Feiglinge halten. Mutter Christine wartet bereits auf ihre Söhne. Für Probleme in der Schule hatte sie noch nie Verständnis. Wir wissen eigentlich gar nicht, was passiert ist. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Laras Freund hat mich gegen die Wand geschubst und ich habe mir dabei die Schulter verlässt. Sie antut auch, weil ich weiß gar nicht, ob ich spielen kann. Och, nun mach mal nicht so ein Riesentheater hier. Hey, hallo, Junge, endlich zu Hause. Hallo, na, wie geht's? Au. Was ist passiert? Lass mich mal sehen. Drama, Drama. Oh Gott, das muss unbedingt gekühlt werden. Warte mal. Ja, dann stell dich mal nicht so an hier. Mein Gott. Ja, der macht doch nur so ein Theater, weil er hier nicht nächste Woche muss. der bei der Musikschule vorspielt. Und das will er nicht. Und da wird jetzt auch so ein bisschen Schulter stoßen, wird jetzt so ein Riesendrama gemacht. Andere Kids werden froh, die hätten einen eigenen Klavierlehrer. Tim hat gar keinen Bock Klavier zu spielen. Das macht er nur wegen dir. Was, so ein Blödsinn. Komm, warum red ich überhaupt mit dir? Ganz ehrlich, du brauchst mir eh nicht. Ja, brauchst du auch nicht. Komm, sie schoßen. Zieh ab auf dein Zimmer. Ja, oh, das kann doch schon alleine, der arme Junge. Komm, ne? Wie soll denn sonst mal ein Mann aus dir werden, ne? Ich meine, Schatz. Das ist wirklich rührend, wie Sie Liebe zeigen. Das tut weh, wenn Sie da raufklopfen. Das dürfte ja nicht im Gang sein. Ja, oh, sehr schmerzhaft, ne? Ja, nun stell dich mal nicht so an, ne? Okay, also ich wollte ihn nach Hause bringen. Ich würde es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der ist angegriffen worden. Hätte einiges passieren können, Frau Bach. So wie Sie sich jetzt gerade verhalten, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, geht es dir auch nicht wirklich was an? Nee, es geht mir auch nicht wirklich was an. Nee, komm, Junge. Und du mit deinen großen Schmerzen, sieh zu, dass du ins Klavierzimmer kommst und noch ein bisschen was tust. Musst ja noch üben, nicht, dass ich blamierst, so wie beim letzten Mal, ne? Ja, okay. Ja, komm, mach hin, Junge, komm. Könnte ich mal mit dir mit Janik alleine sprechen? Ja, bitte, tu sich keinen Zwang an. Ich ärgere mich so über mich selbst, da ich meiner Mutter nie widersprechen kann. Ach, aber am Ende wird sie immer wütender. Und ich hab echt keinen Lust mehr auf Hausarrest. Tims älterer Bruder Janik leidet ebenso wie Tim unter seiner dominanten Mutter Christina. Im Gegensatz zu seinem Bruder stellt er sich jedoch immer mehr gegen die Regeln seiner Eltern. Anwalt Niklas Dittberner will herausfinden, ob Janik die Creme seiner Mutter manipuliert haben könnte, um sich für ihre strenge Erziehung zu rächen. Warst du das mit dieser Säure? Ich? Um deine Mama eins auszuwischen, ja. Ich wusste, dass sie mich darauf ansprechen. Aber ich bin einfach so ein Typ, der sagt, wenn ihm was nicht passt. Und dann können sie mir auch sagen, was sie wollen. Ich war es einfach nicht. Nee, ich wollte dir jetzt da nicht zu nahe treten. Also du hast ja gerade unten miterlebt. Und so wie eure Mutter euch beide hier behandelt, habt ihr beide einen Grund, so was zu machen, um euch an dir zu rechnen. Aber vor allem nur so eine Idee. Ja, vielleicht ist auch irgendwas in der Fabrik schiefgelaufen? Nee, kann es eben nicht, weil dein Vater hat eine interne Ermittlung durchführen lassen. Und das ist wirklich ausgeschlossen. Ich war es auf jeden Fall nicht. Und sie müssen Tim und mir auf jeden Fall helfen, weil unsere Mutter tyrannisiert uns durch die Situation nur noch mehr. Und das hält Tim irgendwann nicht mehr aus. Und dann, keine Ahnung. Sag mal, würdest du das Tim zutrauen? Oder hast du da irgendwelche Anhaltspunkte, dass er es da reingemacht hat im Quenntel das Zeug? Nee, eigentlich nicht, glaube ich nicht. Also er ist in seiner Schule ja nur beliebt durch diese Cremes. Und ich glaube wohl kaum, dass er sich durch diese Sache das so einfach versaut. Also das Gespräch gerade mit Yannick hat mein Verdacht wirklich bestätigt. Ich denke, dass die Familie Bach es mit diesem Erziehungsterror, so will ich das mal nennen, einfach überzieht. Und ich werde jetzt einfach mit der Mutter Bach mal über diese ganze Sache reden. Christine erwartet von ihren Söhnen Tim und Yannick Bestleistungen. Denn schließlich gibt sie über 500 Euro im Monat für Musik- und Nachhilfeunterricht aus. Die 48-Jährige träumte früher von einer Model-Karriere. Doch sie wurde von ihren Eltern nie unterstützt. Anwalt Niklas Dittberner hat Mitleid mit den Brüdern und möchte Christine die Konsequenzen ihrer strengen Erziehung verdeutlichen. Sag Sie mal, stimmt Sie das nicht eigentlich ein bisschen nachdenklich, dass der Yannick mich angerufen hat, als Tim da verprügelt worden ist in der Schule? Und nicht einfach Sie oder Ihren Ehemann? Ja, können Sie mal sehen. Noch nicht mal so eine kleine Lappalie kann man Junge für sich alleine klären. Ist das wirklich Ihr Erklärungsansatz? Ja, was wollen Sie denn damit jetzt sagen? Nun, ich will damit sagen, Frau Bach, dass es in Ihrer Familie, ich sag mal vorsichtig, eine Menge Spannungen gibt. Passen Sie mal auf, wie ich meine Kinder erziehe, das ist ausschließlich meine Sache. Sie sind dafür da, dass der Ruf unserer Familie keinen Schaden nimmt. Oder hat Yannick ihnen mal wieder die Ohren vollgeheult, dass er hier keine Freiheiten hat und immer nur das tun muss, was ich ihm sage? Frau Bach so ungefähr, ja. Aber das stellt Sie nicht wirklich zu wundern. Nö, das wäre typisch für Yannick, absolut typisch. Ich hatte jedenfalls den Eindruck, Frau Bach, dass er unter dieser ganzen Situation wirklich leidet. Und deswegen wollte ich mit Ihnen einfach nochmal reden. Wissen Sie was? Ich bin das Ganze so leid. Ich habe diese Diskussion so satt. Ja? Ja, ich glaube das gerne. Es ist einfach so, Ihr Mann hat mich beauftragt mit der Verteidigung Ihres Sohnes und ich muss mir natürlich Gedanken darüber machen, ob er es nicht vielleicht auch wirklich gemacht haben könnte, also diese Creme mit der Säure versetzt haben könnte. Darüber muss ich mir in der Tat Gedanken machen. Ja, haben Sie einen Grund dafür? Nun, Frau Bach, so wie Sie Ihre Kinder behandeln, liegt der Grund auf der Hand, meinen Sie nicht? Und der hat nichts mit Lara zu tun. Ähm, was wollen Sie jetzt damit sagen? Muss ich da wirklich noch mehr zu sagen? Sie wollen ja jetzt wohl nicht behaupten, dass meine Jungs mich so sehr hassen, dass sie mir tatsächlich das Gesicht wegätzen würden? Es reicht, Herr Anwalt, ja? Da ist die Tür, einen schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Wir scheiden bei Frau Bach jetzt einen wunden Punkt getroffen zu haben, aber dass diese Frau nicht auf die Idee kommt, dass sich jemand an ihr rächen könnte, weil sie eine wirklich furchtbar ätzende Art hat, zeigt eigentlich, was für eine verzerrte Wahrnehmung diese Frau hat. Christine ist geschockt über die Vorwürfe ihres Anwalts Niklas Dittberner, denn Kritik ist die Unternehmergattin nicht gewohnt. Die 48-Jährige ist wütend, dass ihre Söhne so schlecht über sie reden, anstatt ihr dankbar zu sein. Tim, Janik, runterkommen, sofort! Was will die Alte denn jetzt schon wieder? Was denn? Ganz ruhig. Wie was denn? Wisst ihr was? Für euch zwei kann man sich doch nur noch schämen. Was habt ihr dem Anwalt denn jetzt schon wieder erzählt? Stellt uns hier als Rabeneltern da, euch geht's wohl zu gut? Wir haben dem Anwalt nur erzählt, wie es hier wirklich ist. Ja, komm, ihr macht das sowieso aus allem und jedem Drama. Fernsehverbot ab jetzt, Computer, Spielkonsole, weg. Und was ist mit dem Internet? Weg damit! Und wie soll ich dann meine Hausaufgaben für die Schule machen? Ja, das hättest du dir mal vorher überlegen sollen. Und den Anwalt, den brauchen wir auch nicht. Der braucht sich in meine Erziehung nicht einzumischen. Beruhig dich mal, Mutter, ganz ehrlich. Wer weiß, was du ihm noch so alles erzählt hast. Frau Bach, ich finde, dass sie sind jetzt aber ein bisschen zu hart zu den Kindern. Janik und Tim, die leiden schon genug in die Schule. Sie müssen jetzt hinter die zwei stehen. Was für eine Mutter sind sie endlich? Frau, was mischst du dich denn jetzt hier eigentlich ein? Du bist unsere Putzfrau und sonst nix. Du bist ein gar nichts. Jetzt aber Schluss. Machen wir jetzt eine Strecke da dort. Wissen Sie was? Ich bin eine Putzfrau. Aber ich habe eine Seele. Und ich habe meinen Stolz. Es tut mir leid für die zwei, Junge. Junge, es tut mir wirklich leid für euch. Wissen Sie was? Ich kündige. Hallo. Nein. Muss ich mir das? Geht doch nicht. Bleib doch. Ja doch, ich muss weg. Son, ich raste nochmal aus und ich tue was Dummes. Und ich kann mir wirklich keine gute Anwälte leisten wie eure Mutter. Oder wie eure Hälte. Sie. Sie sind die Gifteste und Herzlose bis, der mich hier begegnen will. Da hörst du es. Da hörst du es. Oh, muss ich mir das von so einer dummen, ungebildeten Person bieten lassen? Natürlich. Du hast doch gehört. Sie sagt nur die Wahrheit. Wie, jetzt hältst du auch noch zu? Das muss ich mir doch nicht gefallen lassen. Mit dir braucht man eh nicht reden. Ganz ehrlich. Ja, und noch was dazu. Sie, Sie haben gar nichts vorzuweisen. Alles hier. Alles hat ihr Mann verdient. Sie sind hier nur wegen ihr gutem Haussehen. Und das verweltert langsam, ja. Also jetzt reicht's. Jetzt ist aber Schluss mit Lustig hier. Noch ein Wortschon dazu. Ich werde mich richtig freuen, wenn Ihr Mann gegen eine neue Sie eintauscht. Und jetzt auf Wiedersehen. Ich habe die Schnauze voll von Frau Barg. Die Kinder wissen, die können jede Sekunde zu mir kommen. Aber ich halte bei der Frau keine Sekunde länger aus. Ich hoffe nur, dass eines Tages Frau Barg bekommt eine Lektion, dass sie wirklich weiß, dass sie so mit den Menschen nicht umgehen kann. weil es nicht gucken, wie wirquetste Bordugkamp. Das Sieg hier mal creepy.